Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Scouting Tutorial hier bei mir beim Raketen Yeti und heute gebe ich euch ein bisschen Einblicke was kann man aus dem Scouting machen was gibt es für ich sag mal versteckte Sachen und wie holt man bestmöglich das Optimum raus oder wie passt man es am besten an so fangen wir einfach mal ganz simpel an dass man vielleicht einen ersten geleiteten Einblick in Scouting bekommt es gibt ja diesen Einführungsplan oder die Einführung vom FM an sich hier Scouting das könnt ihr machen die es kommt direkt am Anfang oder wenn ihr auch nur auf Scouting geht müsste es glaube ich direkt kommen oder nach ein paar Tagen das erstmal absolvieren dass sie mit ihr so einen Überblick bekommen schon mal sinnvoll ansonsten führe ich euch jetzt mal durch die wichtigsten oder eigentlich fast alle Sachen bezüglich Scouting so fangen wir einfach mit den Mitarbeitern mal an weil was wäre ein Scouting ohne Mitarbeiter ohne Scouts und ihr seht hier einmal in der Mitte die Scouting und Transferabteilung das da gehen wir mal drauf ich habe jetzt mal als Beispiel den FC genommen weil ich bin halt Kölner und irgendwie ich bin dann immer überlegen welchen Verein soll ich nehmen dann denke ich mir auch Köln ist eigentlich so eine gute Mannschaft also verhältnismäßig gute Mannschaft aber nicht zu hoch sage ich mal so wie Bayern oder Liverpool was auch immer dass man so ein Mittelmaßklub hat auch wenn sie in der zweiten Liga sind so und zwar gibt es erstmal da ja verschiedene Mitarbeiter den Sportdirektor Armin Fee ist es in diesem Fall ähm dann gibt es die Scouts der FC hat in diesem Fall hier keinen Chefscout an dem man das auch delegieren kann und dann halt Datenanalysten die sind aber eher für ja für die Datenanalysen zuständig ich will mich so ein bisschen auf die Scouts jetzt einschießen in diesem Teil so wichtig ist erstmal bezüglich Scouts wir gehen jetzt einfach mal auf welchen gehen wir denn gehen wir einfach mal auf Nils Schmadtke so Nils Schmadtke ihr seht schon er ist Qualifikationsscout top und ihr seht auch direkt es werden die Attribute gehighlighted die wichtig als Scout sind das ist einmal Fähigkeiten und einmal Potenzial beurteilen im Endeffekt und die Anpassungsfähigkeit Anpassungsfähigkeit im Endeffekt wie schnell wenn er mehrere Länder bereist kann er sich an die Gegebenheiten dort anpassen um dort besser und schneller zu Scouting Erkenntnissen zu kommen so und die zwei anderen Sachen sollten relativ selbsterklärend sein einmal die Beurteilung der Fähigkeiten aktuell und das Potenzial wie sehr kann sich der bestimmte Spieler noch verbessern so das dazu ach und eine Sache vielleicht noch und hier sieht man im Endeffekt beziehungsweise auf dieser Karte das Wissen des jeweiligen Scouts Mitarbeiters in den verschiedenen Ländern heißt entsprechend je höher das ist desto eher findet man dort auch die Spieler ich hoffe das stimmt sogar und ich erzähle keinen Mist sonst könnt ihr mich gerne verbessern die Leute die erfahrener sind so ihr habt jetzt zum Beispiel hier beim Nils Schmadtke gesehen die Werte sind jetzt nicht top die gehen ja von 1 bis 20 das ist so das könnte besser sein deswegen will ich euch auch noch mal kurz zeigen wie ihr Personal suchen könnt also einerseits könnt ihr natürlich hier drauf gehen eine Anzeige aufgeben Scouting Sportdirektor, Chefscout, Chefdatenanalyst etc. pp könnt ihr machen dann wird danach gesucht dann kommen immer mal wieder in gewissen Abständen halt Bewerbungen sage ich mal rein immer so eine Liste an Leuten die Interesse an dem Job hätten sowohl welche die noch keinen Verein haben und die auch bei einem anderen Verein sein können oder auch sogar der eigene Feind das so ein weiß ich nicht U19 Scout sagt oder zweite Mannschaftscout sagt hey ich wäre gern demnächst Chefscout nun hier zur Personalsuche um sage ich mal gute Scouts zu finden und zwar gehen wir erstmal hier auf die Aufgabe auf Scouting ich sage mal ich suche einen Scout könnt ihr noch sagen es soll angestellt sein ja oder nein ich mache immer gerne nein weil dann kostet er keine Ablöse und dann bezüglich Attributen gibt es hier sowas schönes Schlüsselattribute hervorheben geht hier auf Scout könnt ihr auch Chefscout nehmen oder halt Scout macht keinen Unterschied und hier könnt ihr angeben wie hoch die Fähigkeit mindestens in ein drei Bereichen sein muss dann könnt ihr noch das habe ich selber erst zuletzt rausgefunden ihr könnt hier noch angeben wir haben ja jetzt aktuell gesagt alle drei Werte müssen mindestens 15 sein hier wurden zwei ausgespuckt und ihr könnt aber auch sagen naja nicht alle drei müssen mindestens 15 sein sondern nur zwei von drei müssen 15 sein dann werden schon viel mehr finde ich sehr praktisch ihr könnt auch zusätzliche Bedingungen hier reinpacken nicht wundern ich habe den Ingame Editor dann kann man noch andere Sachen Markazien machen das ist aber erstmal uninteressant gesamt so versteckt das habt ihr auch an und für sich nicht drin also das versteckt und FM Ingame Editor wobei das ist doch bei das Gleiche ne doppelt gemoppelt egal ähm ihr könnt hier aufs Scouting gehen und ein Kenntnisniveau für ein bestimmtes Land noch euch aussuchen wenn ihr zum Beispiel sagt ich würde gerne ähm in Afrika äh einen Scout haben der in Südafrika super Wissen hat so wir gehen jetzt hier mal ein bisschen runter na na komm ich nehme mal jetzt auch beliebig ich finde keinen auch schön ähm das kann aber auch an folgender Sache liegen und zwar bei Auswahl ihr könnt hier auch was bezüglich der Anstellungen einstellen und ne das war es nicht so konnte man noch was spezielleres einstellen ich glaube nicht das war die Auswahl ähm wenn man hier die Punkte sag ich mal rausnimmt dann wird einem im Endeffekt alles angezeigt was man so findet es gibt hier zum Beispiel gibt es hier mal irgendwas sinnvolles einen Chef Scout von Camp Town City den könnte ich versuchen unter Vertrag zu nehmen der hat aber kein Interesse an einem äh Gespräch mit uns deswegen würde er uns auch wenn man hier die Auswahl rein nimmt nicht angezeigt so ich nehme das mal wieder raus und mache mal hier wieder volle Push und hoch taka taka auf 15 jetzt sind es sehr viele weil die auch angestellt sein können will ich aber nicht so hier seht ihr so ein bisschen was man auch noch machen kann jetzt ich vergesse ab und zu mal Sachen ähm war das bei allgemein ich muss mal kurz überlegen Arbeitsinfos bevorzugter Job ist auch immer sinnvoll weil es gibt Leute die wollen die haben zwar die super Attribute wollen aber Co-Trainer Sportdirektor sein und nicht Scout dann bringt einem das nicht viel so geht dann auf Scouting am besten auf Scout dann habt ihr die Auswahl von den Leuten die Scout sein wollen wir sehen zum Beispiel hier Ricardo Amor ist super geeignet würde ich direkt holen als Scout für Spanien so geht das hier jetzt bei den Mitarbeitern das sollte auch dazu gewesen sein einfach Vertragsverhandlungen falls ihr dazu Fragen habt in die Kommentare so wir gehen weiter gehen jetzt hier links mal auf Scouting und dann habt ihr kommt ihr erstmal ins Scouting Zentrum das ist jetzt dieser Bereich so ich nehme mich jetzt mal woanders hin zur Seite wupp 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 ich wandere hin und her so jetzt bin ich mal ein bisschen rechts dann seht ihr es besser hier habt ihr die Möglichkeit entweder eine Karten oder eine Listenansicht zu machen ich finde ja die Listenansicht sehr praktisch weil man kann dann sag ich mal sich einen Überblick machen was es so gibt so können aber auch die Karten an sich machen und könnt dann im Endeffekt entscheiden hier werden dann immer die ganzen Scouting Reports gesammelt oder die Scouting Berichte so ihr seht hier einerseits die derzeitige Fähigkeit die potenzielle Fähigkeit bestimmte Sachen und je nachdem ob das sag ich mal ins in das eigene Budget reinpasst oder ob es vorteilhaft für euch ist je grüner desto besser erstmal hier diese Sachen diese Texte ich überlege gerade haben wir mal einen unrealistischeren Karten gut wir können gehen das jetzt einfach mal hier so ein bisschen durch können einerseits sagen wir wollen den auf die Auswahlliste setzen dann kommt er hier in die Liste rein können Probetraining anbieten Angebot machen scouten wenn er noch nicht wenn er sag ich mal hier ins Scouting Zentrum reinkommt als ein arbeitsloser Spieler der sich anbietet aber wir noch keine Scouting Erkenntnisse haben oder wir können verwerfen dann bekommen wir zu diesem Spieler keine Berichte erstmal so mehr oder Empfang einfach bestätigen oder noch ein Bericht extra heißt der analysiert das ein bisschen wenn der Spieler ein Spiel gemacht hat was es dann noch extra gibt hier könnt ihr dann so ein bisschen durchschalten Scout Bericht Vorteile Nachteile die Attribute die Position Rolle was hat er denn alles medizinisch etliches so ihr seht auch so ein bisschen wer hat im Endeffekt den Scouting Bericht verfasst hier in dem Fall war es Armin Fee und aus welchem sag ich mal Auftrag den man hier einstellen kann kam das und was ich auch interessant finde ihr seht auch so ein bisschen wenn hier zum Beispiel sag ich mal 5 Sterne also mit grauen 5 Sternen wären er aber hier Potenzial Beurteilung von 5 hat kann das auch total sein dass er total Schuss in den Ofen ist und er gar nicht so dieses Riesenpotenzial hat deswegen hier auch immer vielleicht einen kleinen Blick drauf werfen wenn ihr jemand vielversprechendes habt so das erstmal dazu ich würde jetzt einfach mal sagen gut den will ich auf die Auswahlliste packen der hier sieht auch ach komm alles auf die Auswahlliste und hier seht ihr so ein bisschen bei dem Joscha vom HSV der geschätzte Preis ist bei 5,5 bis 12 Millionen deswegen ist das rot weil das unser Budget einfach übersteigt weil wir nur 3,5 Millionen haben oder auch hier das geschätzte Gehalt ist sehr sehr ist noch nicht optimal hätte aber ein riesen Interesse am Transfer deswegen packen wir mal auf die Auswahlliste kann man alles mal so machen so hier seht ihr auch mal diesmal ist es vom Paul gab es einen Bericht wenn wir hier ein bisschen durchgehen mal vom Nils Schmadtke je nachdem so das erstmal so ein bisschen zu den Karten zu den Listen an sich hier kann man natürlich ja gut hier sind alle weg so ein bisschen sortieren auch sortieren nach Datum wie ihr es wollt könnt ihr Einstellungen machen wann ihr sozusagen das hier nicht extra durch einen Klick in Scouting bekommt sondern direkt in den Posteingang rein da könnt ihr es im Endeffekt einstellen einmal während des Transferfensters und andererseits außerhalb des Transferfensters so wenn zum Beispiel mitten in der Saison wir sagen gut ich will immer erst eine Info nochmal was aufploppen bekommen per Mail wenn das 50 Einträge ist dann macht ihr es einfach könnt ihr auch sagen ähm wenn ihr bei den Aktionstassen das heißt hier bei dieser Tasse die aktuell ausgegraut ist was dann passiert wenn ich da auf Scout scout gehe also einen Scout drauf ansetze dann soll er für eine Woche scouten oder wie viel er scouten soll und andererseits gibt es auch die Möglichkeit wenn wir halt noch nicht 100 die volle Kenntnis haben können wir auch dann kommt halt Scouting fortsetzen wenn wir sagen will ich noch ein bisschen weiter scouten halt wie weit und äh was man noch extra einstellen kann das ist neu im 19er wir können äh automatisch sagen sobald ein Spieler den wir scouten wechselt oder verliehen wird wollen wir die äh das Scouting abbrechen weil dann kriegen wir ihn erstmal aktuell nicht das kann man machen würde ich erstmal nicht machen weil es kann ja trotzdem sein dass das ein Spieler ist den wir jetzt zwar gescoutet haben aber der vielleicht in Zukunft nochmal interessant werden könnte und dann haben wir schon mal einen Scout Bericht müsst ihr selber entscheiden je nachdem auch wie viel Scouts ihr habt wie viel ihr scoutet genau dann gibt es noch Filter heißt einerseits äh Scouting Abteilung wie oder anders man kann hier erstmal einen ganz erweiterten Filter setzen heißt je nachdem was hier halt gerade ist ich sag mal wenn ihr Spieler Scouting beendet wurde dann will ich eine Mail bekommen das soll direkt in den Post eingegangen wir könnten auch sagen das soll einfach nur im Scouting Zentrum angezeigt werden oder wir wollen darüber überhaupt keine Mitteilung so könnt ihr alles hier ganz genau explizit einstellen wenn ihr es wollt andererseits könnt ihr hier einstellen ähm welche Empfehlungen wenn jemand also wenn ein Auftrag durchgeführt wird von sag ich mal Nils Schmatke der soll nach weiß ich nicht England gehen und welche Scouting Berichte sollen uns überhaupt angezeigt werden da können wir sagen ähm es gibt hier immer so eine Empfehlung von 0 bis 100 im Endeffekt ab welcher äh Empfehlung soll denn wirklich dieser Scout Bericht uns angezeigt werden das könnt ihr hier so ein bisschen filtern wenn ihr sagt ich will nur die Creme de la Creme haben werdet ihr so gut wie nichts erhalten aber wenn ihr was erhaltet wisst ihr oh da habe ich scheinbar einen richtigen Kracher Anna äh gescoutet muss man so ein bisschen gucken ich würde sagen 60 ist eigentlich ein gutes Maß wenn ihr ein schlechtes Scouting Team habt würde ich sogar vielleicht sagen ihr könntet auf 50 gehen weil es kann sein dass der Scout sagt na das ist gar nicht so doll aber im Endeffekt ist er doch was besser aber seine die Fähigkeiten vom Mitarbeiter haben dazu geführt dass der eher schlecht bewertet wurde es kann natürlich auch genau andersrum sein dass der super bewertet wurde und das ist totale Grotte müsst ihr selber entscheiden so dementsprechend könnt ihr das hier alles so ein bisschen einstellen könnt ihr euch einfach durchlesen das ist jetzt nichts weltbewegendes könnt ihr ja so so dann könnt ihr allgemein hier seht ihr so ein bisschen noch allgemeine zusammenfassung euer Wissen Kenntnisse darauf gehe ich aber gleich ein ihr könnt auch sagen hier wer verantwortlich für Scouting ist ich würde das per se wenn ihr dieses Tutorial anguckt und euch ein bisschen damit befasst würde ich das selber machen Punkt heißt aber auch wir müssen die Aufträge selber machen das macht man hier gehen wir auch gleich drauf ein hier seht ihr allgemein so ein bisschen Scouting Budget könnt ihr ein bisschen schieben mit dem Transferbudget bisschen hochschrauben runterschrauben wie ihr wollt so jetzt gehen wir mal in den Bereich Spielersuche dauert ein bisschen das ist im Endeffekt ähm ja die allgemeine Spielersuche es hat nicht direkt was mit dem Scouting zu tun aber ihr seht ein bisschen schon ihr könnt zum Beispiel sage ich mal eine Schnellsuche machen ich will mal wissen alle die unzufrieden sind aktuell oh da gibt es keinen okay schade gut ist Spielstart ich will alle die auf der Transferliste sind und wichtige Sache ähm gut FC Spiele werden ausgeschlossen das war nicht hier sondern genau hier könnt ihr noch einstellen einerseits das Interesse am Transfer beziehungsweise an der Laie dann auch und zwar ähm hier werden potenziell gerade in dieser Liste nur angezeigt die Leute die Spieler die an und für sich interessiert daran sind eurem Verein äh zu vor äh beizutreten da geht mal da hin zu gehen wir haben aktuell 60 Spieler wenn ich jetzt auf Zweifel gehe werden es zwei Spieler mehr kommt immer so ein bisschen drauf an ich würde es aber an und für sich vielleicht bei geringfügig interessiert wenn ihr wirklich Not am Mann habt ähm und ihr sagt jetzt zum Beispiel gut ach jetzt sehe ich eine Sache das ist durch ein in-game Editor das hatte ich irgendwann mal aus Interesse reingepackt weil ich mal gucken wollte in so ein Beispiel safe wer sind denn die besten Spieler so mit dem Talent hab ich mal aus Spaß umgekaspert das seht ihr normalerweise nicht deswegen mache ich die mal weg so an und für sich habt ihr so diese Übersicht könnt hier auch ein bisschen nach Positionen etc. gehen und ich würde zum Beispiel jetzt einfach mal sagen Steuerung A ich will alle scouten rechtsklick und sage achso das sind mehr als 50 gewählt dann gut dann scout ich sage ich mal nur diese ersten 8 Scoutingbericht anfordern dadurch dass die Spieler dabei sind der Badu äh da er Gana Ganaisch ist ähm und sozusagen extra Kosten entstehen wobei ist das wirklich durch den muss ich mal gucken das stand da nee das geht ich glaube es lag nicht an dem sondern an dem hier äh an dem King Yongguang dadurch dass der nicht in unserem Scoutinggebiet großartig ist beziehungsweise weit weg ist kostet der extra Geld im Scouting seht ihr hier so ein bisschen ist außerhalb des genehmigtigen Scouting äh Gebiets dadurch würden wir jetzt von Haus aus schon mal 3600 Euro extra zahlen was vom Scouting Budget abgeht würde ich erstmal von abraten weil außer ihr sagt den will ich unbedingt scouten lassen warum auch immer so könnt dann halt wirklich sagen hier ein bisschen auswählen ganz normal wie man es kennt und Scouting Scout Bericht anfordern dann bekommt ihr irgendwann etwas ins Scouting Zentrum beziehungsweise in den Posteingang so könnt dann auch hier sehen das sind die Spiele die schon gescoutet wurden könnt ihr dann so ein bisschen nach Empfehlungen sortieren bekommt hier Informationen zur minimalen maximalen Ablöse ungefähr Pi mal Daumen was haben die für ein Potenzial etc. pp so könnt ihr auch ein bisschen genauer noch filtern alles mögliche und was ihr hier machen könnt ein Scouting Paket auswählen es gibt verschiedene einerseits Senioren Pakete das ist sozusagen für alle Spieler die nicht mehr in der Jugend sind und Jugend Pakete so müsst ihr mal schauen je nach Vereinsgröße ist ja erstmal was bestimmtes ausgewählt wenn ich jetzt zum Beispiel sage ich will das weltweite Paket haben ja es kostet extra Spielersuche ich nehme das jetzt mal raus so wir haben 8560 ich gehe mal hier auf Jugend Pakete ich müsste jetzt eigentlich mehr angezeigt bekommen an Spielern genau jetzt haben wir eine Riesenmasse an Spielern einfach durch diese Pakete noch in die Spielersuche reinbekommen kann sinnvoll sein muss es aber nicht ich habe jetzt mal übertrieben weil es ja nur eine Beispiel Sache ist so dann gehen wir mal ein bisschen weiter jetzt sind wir bei den Scouting Aufträgen Ihr seht so ein bisschen es sind ein paar sind schon vor und weg eingestellt gewesen zum Beispiel dass Nuno Felix den nächsten Gegner immer scoutet oder Philipp Kass unser Datenanalyst den nächsten Gegner halt scoutet laufend das bleibt auch so lange bis ihr nicht was anderes erstellt so ich will euch mal so ein bisschen zeigen wie ich das mache bezüglich Scouting was ich als sinnvoll erachte ich gucke mir alle Scouts immer so ein bisschen an da ich den FC so ein bisschen kenne gehe ich auf den Paul hier ich schaue mir an wo hat er Kenntnisse seht zum Beispiel erkennt sich in Rumänien Bulgarien Moldawien Kroatien in diesem Bereich sehr gut aus heißt ich werde ihm einen extra Scouting Auftrag erstellen dafür geht ihr einfach hier drauf Scouting Auftrag einstellen könnt dann hier im Scouting Pool den Paul auswählen seht das hier nochmal angezeigt Rumänien Bulgarien merken könnt hier in diesem Bereich sagen einerseits Scouting Gebiet das glaube ich beim FC aktuell Europa und könnt dann sagen ich würde gerne Bulgarien nicht Wettbewerb sondern Nation am besten hier einmal Bulgarien haben was hatte ich noch gesagt Rumänien glaube ich oder was Rumänien genau Rumänien und die Nation Rumänien scouten lassen so dann könnt ihr noch verschiedene anderen Sachen hier einstellen könnt einerseits sagen ich will Stammspieler das sind hier so vorgefertigte Sachen ich will einen Stammspieler scouten der also derzeitige Fähigkeiten mindestens gut ich glaube das sind drei Sterne hat oder Ergänzungsspieler da ist das halt alles was ein großes Talent pipapo ich würde das erstmal bei alle lassen falls ihr einen bestimmten Spieler für eine bestimmte Position sucht könnt ihr hier was auswählen was ich gerne mache ihr könnt auch hier noch Transfer Leihvertrag Vertragsende einstellen Transferbudget einstellen wie viel automatisch richtet er sich halt nach eurem Transferbudget was ihr habt so und was ich immer sinnvoll finde wenn ihr zum Beispiel einen Scout habt der die ganze Zeit nur um die Länder geht hier auf laufend oder macht es Jahr für Jahr dann geht ihr auf ein Jahr was ich noch gerne mache ist zusätzliche Bedingungen und zwar einerseits ich gehe mal davon aus ich will jetzt junge Spieler holen ich sage das Alter ist mindestens maximal 21 sag die potenzielle Fähigkeit ist mindestens sehr gut das sind dreieinhalb Sterne und was man je nachdem wie man will kann man noch die derzeitige Fähigkeit reinnehmen da kann ich sagen welche die einen halben Stern oder einen Stern haben die haben zwar vielleicht das Potenzial richtig gut zu werden aber das dass der es wirklich schaffen könnte bei mir ist so weil mein sage ich mal Jugendteam zweite Mannschaft eh schon gut ist deswegen würde ich zum Beispiel hier sagen das sind fünf Sterne das sind vier Sterne das sind drei Sterne das sind zwei Sterne mindestens anderthalb dann sage ich auf Auftrag starten und jetzt wird er für zwölf Monate Bulgarien und Rumänien scouten fertig das könnt ihr alles bei den verschiedenen Spielern äh Spielern Scouts noch machen Norbert Karlsson zum Beispiel würde ich jetzt zum Beispiel vielleicht in die Schweiz nach Österreich schicken Heinz Hornig zum Beispiel nach Belgien da mal ein bisschen scouten etc. pp so ihr könnt wir hatten ja eben schon welche in Scouting gegeben wir können mittlerweile im neuen FM auch sage ich mal die Prioritäten festsetzen ihr seht dann hier die ganzen Scouting Sachen wir haben hier immer wo sieht man es einmal eine Woche Scouting und ein Analysebericht jetzt können wir zum Beispiel sagen ich möchte dass dieser Typ von nimm mal diesen hier von Benfica mit höchster Priorität gescoutet werden soll kann übrigens hier ein bisschen unübersichtlich werden weil das irgendwann sehr viele sein können sonst scrollt ihr euch zu Tode ich hatte da schon mehrere hundert das ist nicht mehr spaßig ist vielleicht noch optimierungsbedürftig von Spots Interactive da ist nur am Rande könnt dann sagen Auftrag mit Priorität versehen zack ist es jetzt an der obersten Stelle der Scout bericht für eine Woche dann wird das primär abgearbeitet ansonsten geht es halt von oben nach unten wird es abgearbeitet so das dazu dann gibt es noch die Auswahlliste ich hatte ja ein paar auf die Auswahlliste gepackt eben hier könnt ihr einerseits anhand der Listenform sage ich mal alle drin haben oder halt nach Position könnt dann hier sagen ich will nur die rechten Verteidiger habt dann hier auch die aktuellen besten im Kader so im Vergleich man kann hier auch noch extra sagen dass die Scout berichte von den Leuten auf der Auswahlliste aktuell gehalten werden heißt wenn ich jetzt zum Beispiel den Joscha direkt am Anfang des Saves gescoutet hat aber da der jung ist wird er sich ja möglicherweise noch verbessern oder vielleicht hat er eine schwere Verletzung Kreuzbahn ist und bleibt irgendwann in seiner Entwicklung stehen dadurch können wir dafür sorgen dass auch in nächsten Jahren wenn er weiter auf der Auswahlliste bleibt dass die Scouting Reports immer aktuell sind finde ich sinnvoll so andererseits könnt ihr hier auch verschiedene Auswahllisten pflegen ich könnte zum Beispiel eine nennen Talente und wenn ich jetzt sage ich mal ich kenne einen guten Spieler der wurde mir nämlich mal empfohlen Xadas Top Typ habe ich verpflichtet der wurde mir zum Beispiel empfohlen von meinen Scouten Portugiese ich habe nämlich in Portugal vom Nuno Felix mir scouten lassen der ist richtig gut nur eine Empfehlung am Rande richtig richtig guter Spieler ich kann bei dem jetzt zum Beispiel sagen bei Transfer auf Auswahlliste setzen in welche hier und wie lang zack gehen wir ein bisschen zurück und sehen hier er ist auf der Auswahlliste wobei genau das war jetzt noch ein Anzeige Back nach Liste oder wie auch immer genau das dazu und dann gibt es noch den letzten Punkt hier so ein bisschen Kenntnis hier seht ihr im Endeffekt aufgrund eurer Mitarbeiter wie hoch ist euer Wissen in den verschiedenen Kontinenten beziehungsweise Ländern oder Regionen eher gesagt weil Mitteleuropa ist ja kein Kontinent nicht ganz ist eine Region und das ist halt komplett über den Verein gesehen und es ist auch egal von wem es ist sage ich mal zum Beispiel Anel Chaka ist nicht mal bei uns er ist beim Partner Verein Trainer aber wir bekommen sozusagen durch das interne Netzwerk so hat Lupus mal so schön betrachtet tauschen die sich aus und darüber kriegen wir auch dann die Kenntnisse so ich stelle zum Beispiel jetzt hier fest mir fehlt so ein bisschen Nordafrika die Kenntnisse was ich haben will oder hier Skandinavien könnte ich wen gebrauchen dann kann ich einfach hier Mitarbeiter suchen mit dem Kenntnisniveau für Schweden zum Beispiel und kriege darüber dann neue Kenntnisse wir haben mit 21% für die zweite Liga eigentlich schon recht gutes globales Wissen so das erstmal Scouting dann will ich euch noch einen kleinen Tipp an die Hand geben was ich auch sinnvoll finde um Spieler zu finden und zwar unter Transfers wenn ihr einen Sportdirektor habt der an und für sich nicht viel bringt aber hierfür finde ich ihn ganz sinnvoll man kann ihm Transferziele geben wenn man sagt ich will mich jetzt nicht selber mit dem Verein drum kloppen um Ablöse Pipapo kannst du auch machen und gib dem Parameter vor oder man geht auf Vorschläge und man kann sagen hier ich bitte um Vorschläge und zwar für einen weiß ich nicht ablösefreien Spieler ist egal welche Position doch ich muss eine Position sagen ich will zum Beispiel ablösefreien Spieler für welche Position FC braucht tendenziell für das Offensive linke Mittelfeld kann dann sogar noch auf Rollen gehen das will ich jetzt mal nicht und sage auf Vorschlagen okay er hat keine Ideen vielleicht für einen Transfer und dann werden einem Vorschläge gemacht von Armin vom Sportdirektor was er denn so empfehlen könnte hier sehe ich zum Beispiel zwei die ganz interessant sein könnten vor allem er hier den Chris Willock wo ich sagen könnte der sieht von den Werten erstmal echt gut aus hat keinen so hohen Markt kann gut sein ist auf der Leihliste ich könnte mir sozusagen ausleihen aber ich lasse ihn erstmal beobachten und schaue mal was rauskommt bezüglich Forderungen von Benfica was er vielleicht kosten soll oder ob er vielleicht gar nicht zum Verkauf steht finde ich sehr sehr sinnvoll kannte ich bis vor kurzem auch nicht habe ich dann über ein Video herausgefunden finde ich super Sache weil dafür kann man echt mal Sportdirektor mal gebrauchen wenn ich dann wirklich spontan mal sage boah Timo Horn hat sich verletzt ich brauche mal wen da werden mir halt die weiteren angezeigt finde ich echt praktisch gut er kommt dann mit so Sachen an wie Julian Polos spec müsst ihr mal gucken was dann so rauskommt finde ich aber per se erstmal praktisch gut ansonsten was ich euch empfehlen kann wenn ihr sage ich mal Talente sucht oder Allgemeinspieler ihr könnt natürlich beim Scouting bei der Spielersuche jetzt dauert das so lange weil ich ein riesen Paket habe bei der Suche sagen Vertrag einerseits die vereinslosen Spieler andererseits wenn wir jetzt in Deutschland beispielsweise spielt nach der nach oder im neuen Jahr zum Jahresbeginn könnt ihr nach auslaufenden Verträgen gucken ist jetzt nicht sehr sinnvoll weil das wird in anderen Ländern sein in Deutschland kann man ein halbes Jahr vor Vertragsende den Spielern Vertrag anbieten so könnt ihr zum Beispiel auch sagen nicht ein Monat ein Jahr könnt hier sage ich mal einen anbinden das würde ich jetzt gerade einfach um es darstellen zu können sagen wo ist es denn wo ist es denn kennt das Niveau ich will eigentlich nur sagen Verein Liga oder nicht nicht unbedingt Liga sondern ach Gott Verein Sitz in Länder in Deutschland tacka 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 so jetzt seht ihr auslaufen in einem Jahr es kommen mir so wenig vor irgendwie nur einer ihr könnt es aber auch anders machen ich bin blöd beliebig ihr könnt jetzt dauert es wieder eine Bedingung und zwar beim Vertragssagen allgemein Vertragsende Rata ist am oder bevor Rata immer bis zum 30.06 deswegen machen wir mal 1.Juli alles was davor endet Rata Rata es rechnet im Hintergrund jetzt seht ihr zum Beispiel alle Spieler bei denen der Vertrag zum Saisonende ausläuft da könnt ihr zum Beispiel jetzt schon mal anfangen die Leute zu scouten wenn ihr zum Beispiel aber nur sagt ich will auch nur die Jungen haben vielleicht sind da richtig gute Talente mitbein gut der jetzt hier nicht für den FC aber so könnt ihr so ein bisschen scouten andere Sache was ihr machen könnt ihr könnt in die beispielsweise in die dritte Liga jetzt beim FC in dem Fall schauen und gegen Saisonende mal gucken wer hat denn bei den verschiedenen Vereinen hier in der Liga die höchsten Bewertungen bekommen wer war richtig überragend so im Spiel genauso könnte ich auch gucken in der ersten Liga vielleicht bei den Absteigern schauen für die neue Saison wer wäre sinnvoll da zu holen könnt ihr genauso auch in den anderen europäischen Ligen machen zum Beispiel Serie A bei den Absteigern solche Sachen da kann man dann auch sag ich mal per manuellem Suchen in den Vereinen Spieler finden bringt jetzt gerade bei mir nicht viel ihr seht so ein bisschen ach Gott das sind ja Italien hat ja dieses Faible dafür etliche Spieler im Kader zu haben ihr seht das ja hier aber alle auszuleihen deswegen sehen die so blau könnt ihr ja so ein bisschen rumstöbern bei den Vereinen das finde ich auch noch ganz sinnvoll eine andere Sache die auch noch möglich ist was ihr machen könnt ihr könnt hier wo waren das jetzt Europa bei oder mach mal bei Welt eher gesagt bei Transfers gehen könnt ihr so ein bisschen bei den Transfers auch die freigen spieler gut ich finde jetzt einfach nichts weil ich gerade direkt am Anfang das safe bin könnt ihr schauen wo die so gewechselt sind oder aufgenommene jugendspieler ist jetzt auch noch witzlos aber ihr könnt immer mal wieder hier theoretisch reinschauen und in den nächsten Monaten schauen wo wurden jugendspieler also Regents New Gents in Vereinen aufgenommen könnte die scouten vielleicht ist da ja ein riesen Talent bei kann sein muss aber nicht das soll es jetzt aber gewesen sein zum Scouting jetzt habe ich 35 Minuten fast gequatscht ich denke ihr habt so einen gewissen Einblick bekommen ich gucke nochmal auf meinen Zettel ach eine Sache vielleicht noch und zwar beim Vorstand kann man auch bezüglich Scouting hier sieht man einerseits bei den Mitarbeitern wie viele Scouts wo ist es hier wie viele Scouts gestattet sind vom Verein erstmal und ihr könnt auch beim Vorstand verschiedene Sachen anfragen könnt zum Beispiel Datenanalysezentrum verbessern nicht direkt mit dem Scouting bei Finanzen könnt ihr aber ne ihr könnt Gehaltsaufstockung für Scouts sagen also ich glaube dann kann man auch mehr bekommen Vereinsnetzwerk ihr könnt das Scoutinggebiet vergrößern lassen wenn also wenn das anhand nimmt der Vorstand könnt ihr auch machen hat zum Beispiel bei mir mal geklappt als Vertragsverlängerung war ich hätte aber gerne noch eine Anfrage für den Vorstand wenn ich verlängere dann hätte ich aber auch gerne ein größeres Scoutinggebiet das hat er in meinem Fall angenommen seitdem habe ich weltweite Scoutinggebiet das ist super geil kann ich nur empfehlen immer mal wieder gucken ob es vielleicht geht oder wenn ihr knapp bei Kasse seid eher vielleicht verkleinern dann geht das weniger auf die Kosten gut das dazu ich glaube jetzt habe ich so ziemlich ja ich habe was ihr auch noch machen könnt wenn ihr Talente sucht zum Beispiel ihr könnt hier in die U19 wenn es eine U19 oder eine U-Mannschaft geht gehen in die Liga so ein bisschen und könnt bei den verschiedenen Vereinen so ein bisschen gucken könnt zum Beispiel sagen ähm bei jetzt ist es noch ein bisschen witzlos weil das alles feste Spieler sind die eh drin sind wenn zum Beispiel der Youth in Take war also wenn neue Spieler Jugendspieler aufgenommen werden die New Gens Regents könnt ihr am besten auch mal durch die Vereine gucken dann haben die nämlich per se erstmal noch keinen Vertrag oder vielleicht nur einen Jugendvertrag könnt dann gucken ob es da vielleicht ein paar Spieler gibt die ihr abwerben könntet ging ja auch oder ihr lasst hier einfach mal sag ich mal die U19 von Leverkusen Scouten so genau das wären so meine Tipps meine Ideen mein Überblick über Scouting falls ihr noch Fragen habt gerne in den Kommentar rein ansonsten ähm habe ich noch so ein bisschen vor ähm mit einem Freund mit einem Arsi der sich auch im Scouting sehr sehr gut auskennt äh noch mehr als ich behaupte ich äh der hat auch ein paar Tipps und Tricks äh auf der Tasche sag ich mal und mit dem will ich auch nochmal so ein bisschen diskussionsmäßig mit ihm durchgehen wenn man jetzt sag ich bei einem kleinen Verein startet oder bei einem großen Verein wie geht man denn da sinnvoll am besten vor wie genau das aussieht weiß ich noch nicht aber da ist auf jeden Fall was in Planung er nervt mich auch gerne mal wieder wann kommt denn jetzt Scouting Scouting ich will endlich das Video machen ja kommt demnächst jetzt habe ich ja erstmal das allgemeine gemacht jetzt kann mir das im Video zu reißen kann es nur am Rande genau Fragen in die Kommentare ansonsten ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat würde ich mich auch über ein Däumchen freuen könnt es auch gerne weiterempfehlen das Video wenn es wirklich wenn es euch gefallen hat weil spread the word und so genau ansonsten lasst auch gerne ein Abo da weil es kommen auch künftig weitere Tutorials und ich finde jetzt mit dem Scouting Tutorial habe ich einen ganz guten Anfang gemacht hoffe ich ansonsten dann halt nicht aber ich denke es war freundlich verständlich soweit und in diesem Sinne ja ich hoffe es hat euch gefallen und damit würde ich dann auch dieses Tutorial beenden alle Fragen in die Kommentare gerne einen Daumen dalassen oder ein Abo wenn ihr neu seid in diesem Sinne macht es gut bis zum nächsten Mal Eure Rackeniti Ciao